zum was gibt's nie ohne Pistole und noch mit Pistole die Gegend gefällt was habe ich jetzt OO ich habe einen Schock Wave Shield gefunden was ist denn das jetzt Oh Achtung ich habe jetzt 175 76 die sind doch die sind Level 12 guck mal wir sind sind trotzdem ganz schön verletze ich dich eigentlich damit alles ließen das ist meine was habe ich denn hier eigentlich mit Evo vergleichen und schön Feuerrat okay das ist nie so schön was ist damit du musst mindestens Level 13 haben siehst du ich finde Zeug was ich noch gar nicht anlegen kann wir sind hier irgendwie nicht ganz richtig ich glaube also ich hab zwar jetzt voll das geile Schild ne so ist es nie ja soviel dazu ja ja und ich bin der nächste schieße schieße ich sehe nicht mal ach man immer wenn ich mein Turm schmeiße Toll 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 wir sind hier echt in der falschen Gegend die wüssten die das hier überstehen da verballern wir nur unnötig mega viel Munition ja hier ist der Quest zu den Minenschlüfen na dann lass uns doch erstmal andere Quests machen wir haben doch genug offen wenn wir so dann ist das interessant okay das hilft was Sand ich hab's immer noch nie verstanden interessant ja ja ne das mag ja sein aber ich hab zum Beispiel jetzt nur noch 36 Schuss für meine automatische auch noch die Munition ja schön ne ich will ja mal mit dem Kuchen mein Geld zu schaden doch nicht viel verstehst du das Ding nicht Hüft Hüft Attacke da ich kann mein Ton wieder schmeißen ok was ist das für eine her 35 Schaden Hüft und die Kofi schilden Schöpner Granaten ok Pistole 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 ich muss mich erstmal voll kaufen ok ähm ach Upgrades gibt es ja auch wie geil ist das zu uns kosten die 6000 boah ach so ich muss meine Granaten mal wechseln oh ich bin hier irgendwie nur Konflikt drin ok ähm und du mal hier lang ja darf ich erstmal kurz bitte mein ähm ach ne klasse jetzt hab ich mir was gekauft was ich noch gar nie anwenden kann weil es ab Level 13 ist wo bist du jetzt da unten naja genau ach ich mach den Glocken Schaden ich helst da auch hin ach huu ooo aua aua ich will noch nicht sterben ich häng irgendwie fest auch mein johann noch kommt schon jetzt geht die karten dort ich bin das du den letzten schuss verpasst ja ja wohl nicht mehr viel was ich noch zeit gehabt hätte so bin ich du hast doch gerade irgendwelche fischer im nacken vor allem stelle ich mein turm immer dann wenn ich kurz vorm sterben bin und dann sterbe ich da ist der turm wieder weg toll die musste von hinten irgendwie treffen die fischer sonst kriegen die kaum schaden ganz doof gefragt wo du bist ach du hast davon auch noch so ein jetzt kannst du mir helfen ja 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 du bist du okay woher Gottes Willen komm wir gehen den schweren Weg kommen das macht das Spaß gut wo ich da möchte KK 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 nein danke doch wie sich nicht genommen meinst du wir müssen hier das mit der Mine machen da wüsste der sichern so um die Mörker er hat glaube ich steht mal einfach nie ich gehe mal kurz zu finden dieses Nestchen da Es gibt's hier Munition, die ich nie bebrauchen kann. Schön. Ui, 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 granaten. Yay, granaten. Mehrzweck-Granaten. Das ist schön, das klingt gut. Ui, ne? Aua. Mach nicht so was. Aua. Vergifte mich doch nicht. Aua. Ach, hier ist er noch immer. Okay. Okay. Gibt's irgendwas tolles? Schlafliege? Mehr nicht. Sind läuft. Noch ein Häufchen. Was ein Häufchen? Oh, ein Häufchen. Oh, ein Häufchen. Mit viel gebracht. Sie irgendwie versteckte Kisten oder so mit Waffen, die wir in die Nutzen. Oder man muss mal ein Medikitten, bitte kurz. Okay, so einfach nimmt man die. Gut zu wissen, ein Bandit. Ich hab' immer nachmachen. Ich hab' immer noch mehr rum. Aber ich kann auch dann mal auf dem eingeladen. Ich hab' immer noch eine ganze Lachstelle. Aber ich kann auch noch die Räumein. Die Sch noite bin ich schon schwer. Ich hab' immer noch ein Dennis. Ich hab' immer noch mal ein Verlänger. Ich hab' immer noch mal ein bisschen zu sehen. Ouuu. braucht man jetzt mal oh ja ich auch zufrieden geutes Willen ist das ein Typ und wo schießen die denn jetzt? ich hab keine Munition mehr im übrigen was machst du denn? wo steckst du denn schon wieder das Mikrofon hin? kratzen was? so nervös ich muss mich schon kratzen ach so nervös eh kann man das nicht irgendwie einfacher kaufen? hab ich gefragt ah ok voll ich bin voll nie dass die am Anfang dann schon respawn während wir da noch irgendwie so ein kleineres Medicaid ok also ich komme relativ gut mittlerweile in das Spiel rein muss ich sagen ich weiß nicht wie es dir geht aber ich komme mittlerweile also ich weiß mittlerweile was ich wie klicken muss sooo da sind immer noch Banditen ich seh's aber die haben mich noch nie bemerkt ich warte nur auf dich ach scheiße granaten habe ich vergessen zu kaufen bist du da? warte mal kann ich meinen Turm stellen? ne noch nie ach scheiße aber klein aber klein aber klein sobald ich kann mach ich's komm lass mich den Turm stellen m krass bitte die 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 nieder Märzene die Stadt muss ich erstmal regenerieren st neunnen die müssen drückt das auch nicht wo wir stehen ja es ist in der Feststellung um Warenbo wir sagst die Kommission Samas mit Zeugen aber auch hier wo ist denn hier auch da ist hier immer du wirst beschossen auch noch da soviel dazu war ich habe immer noch keine granaten gesammelt auch scheiße man ich kann dir gerade irgendwie schwierig helfen noch viel mehr scheiße alter wie viele sind denn das jetzt hat er voll ins visier geklotz ich würde gerne helfen aber ich sehe ich habe keine möglichkeit jetzt passt immer schön auf den kopf und noch so ein dicker ich habe gerade so einen knallharten psychopaten an der backe und keine munition mehr wie ich gerade feststellen dort 4 1 der bernstabend das ist ww ww was habe ich mir damit mit mit ihr noch oft gehalst du was wir hier an geld verschwenden eigentlich für die ganze munition der ist schon wieder oben nein nein ach komm mir nicht runtergefallen jetzt läuft doch er hoch verdammt was machst du ich bin auf dem weg den kenne ich doch irgendwo her ach toll das ding schießt nicht zurück das schießt nur noch vorne das ist natürlich wo ja das hat sich voll gelohnt was gibt es denn hier jetzt ein feind tötet steigert den fahrrad und vermindert den rückstoß für ein paar Sekunden ich hätte gerne anzahl der schüsse pro feuerstoß abklingzeit das hätte ich gerne nachschubabwurfe folgten regelmäßigen abständen pickups ab um spieler mit nachschub zu versuchen das ist geil schießt parallel zu einem gewöhnlichen wohnen zielsuchung zielsuchend raketen ab das klingt auch nicht schlecht das ist jetzt schwierig was ist denn das regeneriert munition das ist machen wir es nur das das machen wir nach und nach also wo bist du da oben bist du okay wir sind ja nur das wortlobe fast der letzte gegner ne ich glaube also ne dort stehen noch welche ach komm hab dich nie so versteckte stelle wääh granaten sind ungefähr junge äh wo ist er denn jetzt ich vergesse mir immer granaten zu kaufen kennst du das problem aua wo ist denn das Vieh also das ist ein das 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 läuft jetzt wieder wissen ja ich habe keine ahnung vielleicht zwischendurch ein level gemacht haben deswegen aber die großen sind halt echt fies gewesen wir kommen nur auf diese brücke da oben drauf gibt es bestimmt zwei kisten holen und munition bild hast du auch zusammen was habe ich was bild anschild nein ach hier ne das sind granaten gewesen du hast ein schild aufgestanden ach so ich habe ein schild das will ich nie das habe ich gar nicht so müsste es haben weil ich habe ein besseres hat es 118 35 22 ich muss ja level das ist auch mal wo sind wir jetzt eigentlich wir sind komplett falsch ne weil hier muss man okay wenn du das sagst haben die fliegenden Viecher muss man abschießen auch noch eins ja schön aber das hat man auch in einer anderen Gegend machen können wo man davon kommt schon wieder ich habe immer noch keine granaten oben ist auch einer da oder ist schön aber krabbel die nase die noch gut an wollte ich geschenken kannst du mit dem nehmen dem das ist